Was sich denn angehört? Alles gut mit dir, oder? Ihm geht's nicht gut, offensichtlich. Nee, ihm geht's gut. Kriegt Chain by Deathmatch, wow. Ihm geht's gut. Keine Sorgen, ihm geht's doch gut, hä? Mir geht's nicht gut. Dir geht's gut, sag's jetzt. Okay, mir geht's gut. Siehst du, Turan, ihm geht's gut. Er hat aber gelogen für dich. Ich... Ich hasse, dass ich spawn zwischen drei Leuten... Wir sind ja noch eine Freundschaft und Frage, es kostet mich langsam an. Wer? Rennos? Ich spanne jetzt alle. Ja. Ich spanne die jetzt. Von meinem Server aus, oder was? Hä? Ich hab's geschafft, Alter. Ja. Ich bin so auf der Wende gestorben. Egal, das Server macht schon Spaß. Ist doch eigentlich leichter, oder? Keine Ahnung. Merk. eine Kacke.